Ich fühle mich nicht wie ein normaler Mensch. Manchmal fühle ich mich, als würde ich nicht mal in diese Welt gehören. Als wäre ich aus irgendeiner Sphäre hierher geflogen. Ich wurde in meinem ganzen Leben nur dreimal geküsst. Manchmal fühle ich mich, als würde ich nicht in diese Gesellschaft gehören. Ich bestimme nicht meinen eigenen Weg. Als wäre ich ein Tier. Der Prozess, den Sie beschreiben, nennt sich Sozialisierung. Wir alle durchleben ihn. Im Prinzip beschreibt die Sozialisierung unseren lebenslangen Anpassungsprozess an unsere Umgebung. Wir werden von unseren Begegnungen geprägt, das ist normal so. Heißt das, dass wir alle nur das Produkt unserer sozialen Kontakte sind? Dramatisch formuliert heißt es das, ja? Das will ich nicht. Helfen Sie mir. Stellen Sie sich vor, Sie stopfen alle Erinnerungen, alle Freunde, die ganze Familie, alle Ihre Hobbys und Ihre Haustiere in einen Luftballon. Sie zerbröckeln die gesamte Fassade um Sie herum und stopfen Sie mit in diesen Ballon. Haben Sie diesen Ballon vor Augen? Ja, das habe ich. Dann stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Nadel in der Hand. Dann stellen Sie sich vor, Sie haben eine Nadel in der Hand.